Nögelchen. Hey, Elisa. Hallo. Na, wie geht's dir? Ja, ist gar nicht gelachen. Hast du gefurzt? Das ist eine Badebange. Ich bin der Gerhard. Zeigst du mir deinen knangigen Hintern? Kannst du mir deine Füße zeigen? Zeigst du mir deine Füße? Na klar, die sind sogar frisch verpäst. Echt? Boah, hast du Stilze? Meine Fresse, da ist ja Hornhaut. Oho, heisst die. Hast du Fußpilz? Ich hoffe, dass dir das gefallen hat. Ja. Das sind meine Füße. Guck, ich hab auch noch einen anderen Tag. Sag mal, furzt du in der Badewanne? Immer noch nicht Bade. Zeig mir bitte deine Brüste. Welches ist deine Brüste? Deine Lieblingsstellung. Verwöhn dir deine Katze. Zeig mir, wie du pustest. Wieso? Wir kennen uns doch noch gar nicht so richtig. Die Lieblingsstellung. Ich stehe zum Beispiel gerne so. Nein, die Lieblingsstellung sage ich absolut so. Zeig dir auch gleich mal. Oh cool, weil ich stehe auch immer so. Oder so. Hey! Hey! Honey! Nee! Nee, wir kennen uns doch noch gar nicht. Nein, ich bin kein Gerhard für eine Nacht. Geh weg, diese wutzige Scheiße da.